Hi, ich bin Shihir von Tour of Astora. Habt ihr euch schon immer gefragt, wo ihr den Haligdrag Talisman herbekommt? Dann müsst ihr einfach unterhalb der Start Area am Strand durch den Höhleneingang und oberhalb in der Höhle findet ihr den Haligdrag Talisman. Falls euch das Video gefallen hat, like and subscribe und bis bald.